Und los geht der Kampf. Gleich geht er los. Ja, noch richtig zu mir hier vorne. Ich positioniere mich noch mehr. U62, der hat schon mehr. Da sind vielleicht auch doch die Crewmitglieder, könnte man sagen. Ich glaube, du schießt mit den Kanonen die Crewmitglieder weg. Und wenn du siehst, dass du mehr hast als er, dann könntest du ihn angreifen. Natürlich. Etwas... Schlecht ausgewichen. Ich gebe eigentlich eh schon mein Bestes. Es ist auch gar nicht so einfach, wie das jetzt die Leute vielleicht glauben. Diese Schiffskämpfe. Ich werde jetzt versuchen. Volle Breitseite hast du ihm gegeben. Aber wenn das links unten diese vier deine Crewmitglieder sind, dann schaut es schlecht aus. Dann würde ich jetzt nicht entern. Du hast recht. Allerdings bin ich ein Inglorious Bastard. Ich werde es trotzdem probieren. Das schaut nicht gut aus. 4 gegen 34. Das dürfte ja kloppen, oder? Nicht gut aus. Ich glaube, die restlichen 30 von den Kollegen, die können sich wieder in die Karte mit YouTube zurückziehen und weiterschlafen. Da kann ich nur hoffen, dass ich Superman auf meiner Seite habe. Das schaut mir gut aus. Jetzt ist die Frage, was passiert mit dir? Die haben ihn ins Wasser geschmissen. Und deine Kuh hat dich gerettet. Der Vorteil war, ich habe noch ein zweites Schiff gehabt, weil ich das übernommen habe. Vorhin. Und das war jetzt mein Glück. Glück gehabt. Jetzt bist du mit dem großen Schiff. Wie soll ich das mit dem großen Schiff nochmal probieren? Moment, jetzt haben wir ja kurz auf die Steuerung gewechselt. Da kann man sich eben ansehen. Wie man sieht, gibt es jetzt nicht sonderlich viele Optionen. Wir werden einmal sehen, ob wir vielleicht an Land etwas finden. Schaut leider wieder schlecht aus. Ja, klingt interessant. Vielleicht solltest du auch mal deine Crewmitglieder aufstocken. Aber du hast Nummer 29. Da hast du natürlich recht. Wollen wir mal wieder in die Taverne schauen, oder? In einer kleineren Stadt, ja. Aber da gibt es sicher auch Leute, die Arbeit suchen. Da stehen sie schon. Genau. Die gibt es scheinbar überall. Ja. Die schauen ein bisschen tuntig aus. Allerdings, sie wollen sich mir anschließen. Natürlich, du musst sie auch bezahlen. Du gibst ihnen was zum Essen. Und Gold von den Plündereien. Wie hat das geheißen? Die Fracht, die sie gestohlen haben. Da gab es einen eigenen Namen dafür. Bei den Piraten. Aha. Sagt mir jetzt nichts. Heute? Beute! Nein, nicht Beute. Da gab es einen eigenen Ausdruck dafür. Auf jeden Fall, was ich vorher noch sagen wollte, als du mit dem Schiff gekämpft hast, damals war es sehr viel wert, einen intelligenten Kanonenschützen zu haben, der möglichst schnell das gegnerische Schiff anvisieren konnte. Da gab es wirklich, die haben wirklich mit Dreiecken, könnte man sagen, gearbeitet. Und ein bisschen Mathematik war auch schon dabei, damit man möglichst schnell das gegnerische Schiff anvisieren konnte. Denn wie du dir denkst, das erste Schiff, das die Kugel kassiert, hat schon mal einen Nachteil. Klar. Und wenn gleich fünf oder sechs Kugeln drauf liegen, dann haben sie einen großen Nachteil. Deswegen war es damals sehr wichtig, einen intelligenten Kanon und Fritzen zu haben. Ich werde jetzt einmal ein bisschen Essen für die Crew besuchen. Ja. Bis morgen. Ja. Es macht einen Unterschied, was du da kaufst. Das ist jetzt eine gute Frage. Natürlich, äh, schwer zu sagen. Ansonsten, ich glaube, die Crew gibt sich auch mit geringerem Essen zufrieden, könnte man sagen. Die wollen einfach was zwischen die Zähne haben. Es ist wahrscheinlich nachher nicht so wichtig, was du ihnen kaufst. Wahrscheinlich auch wichtig, dass man die Beute teilt. Ja. Sonst Meutern. Sonst gibt es eine Meuterei und du bist wieder vom Schiff geschmissen. Deshalb habe ich jetzt auch die Beute aufgeteilt. Ja. Ich glaube, jetzt geben sie sich auch wieder eine Zeit lang zufrieden. Das stimmt. Also ich würde dann trotzdem weitere Soldaten anwerben an den verschiedensten Küsten. Das ist sicherlich immer... Oder vielleicht mal mit dem Schiffs-Ride reden. Du kannst dich auch reparieren und upgraden. Da gibt es sicher auch interessante Sachen zu sehen. Leider haben wir zu wenig Gold. Da müssen wir uns solches besorgen. Ja. Du hast recht. Wie man sieht, hat man die verschiedensten Auktionen zur Verfügung. Leider kostet alles Gold. Wir sind leider noch ein kleiner Pirat und haben deshalb nur wenig zu bieten. Wir müssen jetzt da wieder raus navigieren. Und schauen, dass wir einen Gegner finden, den wir Flop machen können. Was steuerst du an den nächsten Gegner? Das ist die Barbecue von vorher schon. Oh. Die hat etwas mehr Leute, aber du hast, glaube ich, ziemlich viele Kanonen geholt. Und es scheint so zu sein. Es scheint so zu sein. Allerdings haben wir 39 Leute. Ich bin 63. Das ist wirklich nicht so gut. Und es ist so schwierig zu navigieren, mein Mädchen. Das ist ganz einfach. Und die erwischen mich auch ganz, ganz gut. Und ich glaube, das könnte auch durchaus besser sein, wenn du wartest bis... Ich glaube, richtige Position und... Und voll aufgeladen. Genau, jetzt so. Genau. Das ist auch Volltreffer. Das sind sehr, sehr viele Wegnommen. Man merkt, das Feld wird jetzt immer ausgeglichener. Wir haben ihn jetzt überholt. Und es dürfte sogar was werden im Jahr. Vielleicht können wir ihn jetzt noch auf voller Breitseite verpassen. Es schaut ziemlich gut aus. Und hast du schon. Geschafft. Unglaublich. Ja, wir haben aufgegeben. Die weiße Flagge gehisst. Ich glaube, die entweder war die Crew schon so dezimiert oder das Schiff schon so... Nein, das steht ja. Die enemy strikes her colors. Das heißt, die haben die weiße Fahne gehisst du. Okay. Wir werden jetzt auch gleich die Männer übernehmen. Und das Schiff... Das hilft dir nichts. Wenn wir zu wenig Leute haben, müssten wir die Crew wieder aufteilen. Und wir wollen ja wirklich große Crew. Aber du hast doch 120 Plätze frei für Crewmitarbeiter. Stattest du nicht dabei? Dass der Schiff 120 Leute fassen kann? Ja, kannst du eh. Nur das Problem ist, wenn du jetzt... Ich wollte das Schiff auch noch behalten. Das ist aber keine gute Idee. Wenn wir zu wenig Crew haben... Dann würde ich es versenken. Genau, das ganze Essen aufnehmen. Das ist jetzt in dem Fall... Ja, Food. Also Essen und Zucker. Ja. Und damit können wir bestimmt wieder durchhalten. Längere Zeit. Wenn wir sehen, ob wir wieder mal ein kleines Pötchen finden, wenn wir den Gar ausmachen können. Ich glaube, das schaut nicht so groß aus, oder? Eine Backe wieder. 37 gegen 39. Also da regne ich mir gute Chancen aus. Da haben wir jetzt glaube ich auch schon ordentlich erwischt. Allerdings habe ich nicht mehr 31 Leute. Wenn es ja schlimm, dann bleibt dem anderen mehr zum Essen. 32 noch auf seiner Seite. Jetzt ist natürlich Zeit, dass wir mal eine richtige Breitseite verpassen. 24 noch mehr. Aber dein Schiff, wie man sieht, ist auch schon sehr angeschlagen. Ja, das sieht man links unten vom Balken. Das muss jetzt bei der nächsten Bucht oder bei der nächsten Konto reparieren lassen. Hast recht. Wir haben ja vorhin leider zu wenig Geld gehabt. Das könnt ihr jetzt üblich haben. Hoffentlich haben wir eine große Goldladung an Bord. Wieder die weiße Flagge gehisst. Ja. Also ich glaube, ich mache mir da so langsam einen Namen als Freibäuter der Meere. Ja.